Obwohl Pierre-Emerick Aubameyang angeblich schon mit einem Bein in Paris ist, will plötzlich der FC Arsenal in den Poker einsteigen. Wie die Daily Mail berichtet, soll der Dortmunder Teil einer Transfer-Offensive der Gunners werden. Offenbar rechnet der FA Cup-Sieger damit, den Gabuner für 70 Millionen Euro bekommen zu können. Arsenal wollte Aubameyang wohl schon letztes Jahr, damals blieb der Stürmer aber beim BVB. Auch Bayerns Kingsley Coman könnte im Zuge des 190 Millionen Euro schweren Großangriffs zu den Kandidaten gehören. Schluss mit den Gerüchten, Antoine Griezmann wird Atletico Madrid nicht verlassen. Er habe sich zusammen mit seinem Berater zum Bleiben entschlossen, sagte der Franzose bei Telefood. Hintergrund ist die Transfersperre gegen die Roji Blancos, die im Sommer keine neuen Spieler holen dürfen. Auch David De Gea bleibt bei seinem Klub. Laut dem Sunday Mirror hat der Torwart Real Madrid abgesagt und die Königlichen über seinen Verbleib bei Manchester United informiert. Damit würde auch der zweite Versuch von Real scheitern, den Spanier zu verpflichten.